Hallo und willkommen bei CapTorga und heute sitzen wir wieder hier mit Felix zur zweiten Folge unserer Geschichte Reignactment von Anfang an. Letztes Mal haben wir erstmal versucht so ein paar ganz grundlegende Sachen zu klären. Da war die Ausgangsfrage, hey Wikinger, was ist das eigentlich und wie kann man das essen? Und heute wollen wir ein bisschen tiefer einsteigen und dazu hat Felix hier schon einen Teil der letztes Mal empfohlenen Literatur mitgebracht. Genau und zwar habe ich mich für Vikings at War entschieden. Ein sehr schönes und auch wirklich sehr gut bebildertes Buch. Warnung in angelsächsischer Sprache und die Kleidung im Mittelalter. Das ist tatsächlich, ich hätte es nicht gedacht, aber das ist das Buch, was mich von den beiden in letzter Zeit noch am meisten beschäftigt hat. Tatsächlich, du hast da vollkommen recht. Es fängt erstmal ein bisschen sehr, 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 man könnte fast sagen dröge an. Ich habe spaßeshalber gesagt, es liest sich wie eine Doktorarbeit, aber es liegt daran, dass es wohl eine ist. Aber das wird sehr schnell, sehr, sehr spannend und wer sich den Luxus gönnt, mal auf ein paar weitere Kapitel nach hinten zu blättern, der kriegt dann mit, ja, das macht Sinn, sich nach hinten durchzuarbeiten. Da kommt noch viel auch inhaltlich zum Thema, zum Thema soziale Gefüge, Sozialstrukturen, Kleidung, Bedeutung der Kleidung. Nee, ist wirklich ein sehr, sehr schönes Buch. Das hat mir viele Anreize gegeben. Unter anderem auch eben darüber, was für mich Reenactment eigentlich ist, was es darstellt und wie man den Begriff Reenactment eigentlich definiert. Da jetzt die Frage an dich, wie definierst du für dich Reenactment? Das ist schwierig. Klar, okay, man könnte jetzt mich fragen, wie ich das wirklich ganz, ganz, ganz persönlich definiere. Und das ist auch schon ganz richtig gefragt, weil so den offiziellen Reenactment-TM gibt es nicht. Da steht nirgendwo drin, jetzt bist du dabei und empfängst die hohen Weihen der Living History. Und ja, und Living History dann nochmal von Reenactment abzugrenzen, wo fängt das an? Boah, total schwierig. Ich war nie ein besonders toller Reenactor. Ich habe mich immer mehr mit Sozialgeschichte beschäftigt und habe immer versucht, gewisse Aussagen zu transportieren, die mir über die mittelalterliche Gesellschaft wichtig waren. Über Kleidung und drüber, wie man das jetzt rekonstruiert, wie man zeigt, dass es gewesen sein könnte. Ich bin selten so extrem ins Detail gegangen, dass man da wirklich von Kopf bis Fuß mit den Techniken der Zeit eingekleidet ist. Ich war meistens mit weniger zufrieden. Für mich fängt, glaube ich, Reenactment da an, wo man die größten, die gröbsten Schnitzer vermeidet. Und wo man schon mal nach einer Bildquelle vielleicht sagen kann, okay, sieht aus wie die Bildquellen der Zeit, trifft die Formensprache der Zeit. Und gerade wenn du sagst, du hast dich im 14. und 15. Jahrhundert bewegt, da kann man das sehr einfach fassen. Da gibt es Versuche von Repliken, von Helmen zum Beispiel, die ganz oft einfach nicht die Form treffen. Da hat man bei Bassines eben nicht noch diese Wölbung hier unten, die gehen einfach straight runter. Oder so die alten Mardinusarbeiten zum Beispiel. Und man hat auch sehr gute, die eben genau die Formensprache der Zeit treffen, bis hin dazu, dass es Plattner gibt, die die leichten Asymmetrien von Helmen sogar noch rausarbeiten können. Und dann sieht es trotzdem immer noch harmonisch in der Gesamtform aus, was wirklich die ganz, ganz hohe Kunst ist, auch gewesen ist tatsächlich im Mittelalter. Für viele andere geht Re-Enactment noch wesentlich weiter, dass man sehr, sehr exakt an einem Fund ist. Das ist leider Gottes selten so in dieser Exaktheit durchzustehen. Denn du hast das Problem, wenn du zum Beispiel sagst, okay, ich mache alles an mir ist nach Fund. Das kann ja sein, aber das ist nicht alles nach dem gleichen Fund. Das ist alles nach Funden, na, vielleicht aus der Region, vielleicht kulturell ähnlich. Man verlässt sich da auf Datierungen. Klar, sind die oft exakt. Aber man hat immer noch so einen gewissen Rahmen von Potpourri da drin. Und auch das ist dann nicht wirklich so eine hundertprozentige Rekonstruktion. Ich würde sagen, schön wäre es, wenn du Leute sehen würdest mit der richtigen Webart in der Kleidung, mit dem richtigen Stich, mit der richtigen Farbe in der Kleidung, mit dem richtigen Schnitt und mit den richtigen Accessoires. Dann sind wir schon dabei. Dann sind wir mittendrin im Reign-Actment. Wobei es natürlich auch noch einen sehr lustigen Begriff gibt, nämlich Reign-Actorismen. Das sind so Dinge, die sich innerhalb von so einer Szene dann nach einer Weile einschleichen. Und auch für das, was ich davor erwähnt habe, hat sich zum Beispiel durchgesetzt, dass man sagt, Lamellenpanzerung ist jetzt Wikinger, weil in Birka wurde Lamelle gefunden. Und da geht man dann direkt in die Quellenkritik und muss sagen, ja, naja, okay, aber die wurde in der Garnison in Birka gefunden. Und es ist eine sehr berechtigte Frage, ob das nicht zu Söldnern gehörte, die eben eher steppennomadischen Ursprungs waren und da nur eben als Söldner gelandet sind. Weil einem so ein bisschen die Vergleichsfunde aus dem normalen skandinavischen Raum dazu fehlen. Also wie ich irgendwann schon mal gesagt habe, so eine Birka-Darstellung ist halt so ein bisschen, als würde man einen großen Markt in Berlin, auf dem alle Waren aus aller Herren Länder angeboten werden, rekonstruieren. Das würde sehr komisch aussehen. Und das ist da der Fall. Also das sind so die Gefahren. Und da habe ich mich, glaube ich, jetzt in so ein kleines Fazit geredet. Und ich glaube, wenn man alles nach Quellen und vor allem nach einer Quellenkritik rekonstruiert und sich versucht, bewusst zu werden, warum lag der Fund da, in welchem Zusammenhang war er und in welchem Zusammenhang stelle ich ihn jetzt durch meine eigene Rekonstruktion, durch mein eigenes Outfit. Wenn man darüber so ein bisschen nachdenkt, kann man da zu den tollsten Ergebnissen kommen. Und da würde ich auch wirklich raten, das muss nicht immer 100 Prozent richtig sein. Es kann total sein, dass du es immer noch nicht getroffen hast. Aber wenn man diese Quellenkritik betrieben hat, dann hat man wenigstens eine Diskussionsgrundlage. Man kann dann mit anderen Leuten darüber reden und immer sagen, warum habe ich das gemacht? Da war letztens so ein Beispiel, Vastel hat sich so einen krabb gefärbten Mantel relativ neckisch über eine Schulter geworfen und ihn mit einer Fibel festgemacht. Und sofort, oh Gott, wo habt ihr das schon mal gesehen? Warum macht ihr das so? Wir haben gesagt, na gut, das ist für uns, ist das ein Beispiel dafür, dass ein Mantel eben nicht nur Schutz vor Wetter war, sondern wir möchten den darstellen als modisches Accessoire. Und dazu haben wir so ein paar Darstellungen auch gefunden, die ein bisschen in die Richtung gehen. Nicht ganz so, aber uns ist wichtig, dass es eben den Mantel darstellt als Komponente, mit der man einen sozialen Rang darstellt. Und da spielt sich überall Re-Enactment ab. Ich sage auch nicht, das wurde tausendprozentig so getragen und nicht anders. Ich sage, hey, ich habe meine Gründe, lass uns drüber reden. Dieses lass uns drüber reden, das ist für mich eigentlich ein guter Einstieg, weil dieses lass uns drüber reden ist quasi der Einstieg in die Quintessenz, die für mich aus dieser gesamten Überlegungsgeschichte rausgekommen ist. Also ein guter Re-Enactor ist für mich tatsächlich jetzt jemand, der sich mit dem, was er macht, objektiv auseinandergesetzt hat und die Möglichkeiten, aber auch vor allem die Grenzen seiner Darstellung kennt und anderen erklären kann. Also ein Re-Enactor hat für mich tatsächlich, klingt fies, aber irgendwie auch einen Bildungsauftrag. Denn er möchte entweder für sich selbst oder auch für andere Geschichte eben re-enacten, wieder erlebbar machen. Und da muss er natürlich dann auch wissen, wo sind die Grenzen. Für mich beispielsweise sind Grenzen tatsächlich auch bei der Zeit gesetzt. Für viele Leute sind Grenzen beim Geld gesetzt. Für mich natürlich auch. Groß ans Controlling. Aber das heißt ja nicht, dass das, das darf ja im Grunde genommen nicht heißen, dass Re-Enactment auf einmal was Elitäres wird, was sich nur Leute mit extrem viel Zeit oder extrem viel Geld leisten können. Nein, das kann, im Grunde genommen geht es eigentlich nur darum, dass die Leute sich über das, was sie letzten Endes machen oder darstellen wollen, mal Gedanken gemacht haben, Fragen stellen, Fragen beantworten können und noch viel wichtiger eben sagen können, an welchem Punkt kann ich jetzt keine Fragen mehr beantworten, ab welchem Punkt wird es Spekulation. Lass uns drüber reden, um zu deinem Satz wieder zurückzukommen. Das heißt, in dem Moment, in dem ich anfange, durch das, was ich tue, auf eine falsche Fährte zu kommen und mitkriege, dass irgendwas stimmt gerade nicht, eher bereit bin zu sagen, da muss ich mal mit jemandem drüber reden, anstatt zu sagen, ja, das war halt so, die waren alle irgendwie ein bisschen schräg drauf, war ja auch Mittelalter, war ja auch ein bisschen Wikinger. Die waren halt alle abgehärteter, das war halt, wenn die Rüstung scheuert und kratzt, die hatten halt alle Hornhaut. Das liegt nicht daran, dass meine Rüstung einfach nicht passt, weil ich sie eben gekauft habe und nicht mehr auf den Leib habe schmieden lassen, sondern das liegt daran, das war so und die waren alle härter im Nehmen. Und das möchte ich jetzt in dieses Projekt, was wir hier angeleiert haben, halt auch mal direkt mit einfließen lassen, dass ich an manchen Stellen halt auch sagen muss, ich weiß, dass das, was ich jetzt mache, vielleicht keiner Fundlage entspricht, beziehungsweise de facto nicht korrekt ist, aber es ist dadurch durch die Grenzen, die mir gesetzt sind oder gestellt sind, momentan nicht anders darstellbar und ich kann das jemandem, der mich danach fragt, allerdings auch erklären und ihm beispielsweise sagen, ich drücke mal die Daumen, dass es nicht so weit kommt, dass ich, wenn ich ein meinetwegen nicht vernietetes Kettenstück an meinem Körper trage, sage, ja, sieht aus wie Kettenrüstung, ist aber de facto keine, sieht nur so aus wie Kettenrüstung, war eine wesentlich komplexere, wesentlich hochwertigere Angelegenheit, sagt, lies doch mal ein Buch, ich kann dir was empfehlen, guck dir mal das und das und das an. Dann bin ich beispielsweise für mich der Meinung, dass ich meinem Bildungsauftrag da jetzt Genüge getan habe und aus dem Reenactment jetzt nicht so weit rausgefallen bin, nur weil ich jetzt eben, ich versuche es zu vermeiden, keine genieteten Kettenteile trage. Denn ich habe auch vollstes Verständnis und was heißt Verständnis, das ist der falsche Ausdruck, ich habe vollsten Respekt vor diesen sogenannten A-Päpsten, die wirklich ins Detail, wirklich alles nachstellen bis zum letzten Nadelstich, das ist wichtig und es ist super, dass es Leute gibt, die sowas machen, denn wenn es diese Leute nicht gäbe, könnte man mit denen nicht reden und die könnten einem dann nicht erzählen, dass sie halt nächtelang damit zugebracht haben, ein Stück Kleidung zu nähen und dann bekommt man auch, dann bekäme man diesen Bezug, den die Leute damals zu Kleidung hatten, nicht, dass Kleidung etwas sehr Teures, sehr Seltenes und sehr Exklusives war und was Wichtiges war, worauf die Leute geachtet haben und eben nicht, wie es dann eben gerne mal dargestellt wird, in Lumpen zerrissen rumgerannt sind, nein, wer was hatte, der hat drauf geachtet. Ich meine, es gibt, man hat ja von, ich habe ja von meinen Großeltern noch die Geschichten erzählt gekriegt, was es für einen Rabatz zu Hause gab, wenn da mal ein Riss in der Hose war, denn da war ein Riss in der Hose, da bist du nicht zu Primark gegangen und hast dir die neue Hose für 3,50 Euro gekauft. Nee, das war was Wertvolles, das war was Teures. Und ja, das möchte ich in dieses Projekt quasi auch ein bisschen, aus diesem Projekt für mich auch ein bisschen rausziehen. Deswegen werde ich tatsächlich auch in die Kleidung mehr Zeit und mehr Gedanken investieren, als ich das ursprünglich gedacht habe und als ich das bis jetzt in meinen anderen Reenactments auch gemacht habe. Denn das war für mich immer eher so ein ferner Liefen. Und entsprechend braucht es jetzt auch noch nicht den großen vielleicht erwarteten Reveal, was wird es denn jetzt für ein Reenactment werden und was nicht. Weil eine Sache, die sie alle gemeinsam hatten, die haben alle Klamotten angehabt. Da ist keiner ohne Schlippi in die Schlacht gerannt. Und deswegen würde ich als erstes mich doch deutlich intensiver, als ich ursprünglich geplant hatte, mit dir über die Thematik Bekleidung auseinandersetzen wollen. Das ist toll, dass dir die Frau Kania da so großartige Einsichten beschert hat, zur Wichtigkeit von Kleidung. Ich glaube auch, einer der Fehler, die passieren, gerade auch in späteren Jahrhunderten, ist, dass man die Kleidung nicht richtig versteht und darüber dann die Rüstung nicht richtig versteht. Und sich denkt, da muss dieser unglaublich trennende Schritt, das dicken Polsterwamses, dann zwischenkommen, weil es beißt sich Kleidung und Rüstung. Und gerade dann im 14. und 15. Jahrhundert hast du Kleidung, die sehr eng am Körper liegt und dann Rüstung, die sehr eng am Körper liegt. Und zusammen funktioniert das wunderbar, auch ohne, dass du da Unterkleidung hast, die gewaltig aufträgt. Die hat in erster Linie den Sinn, dass es dich ein bisschen vor Scheuern deiner eigenen Rüstung schützt und die Möglichkeiten gibt, deine Rüstung anständig anzuziehen. Aber da geht es nicht um Gott weiß wie viel Zusatzpolsterung. Vielleicht können wir noch was ganz Kleines sagen zum Thema Begrifflichkeiten, weil, oh Gott, Felix hat gerade Kettenrüstung gesagt und wir sagen auch manchmal Kettenhemd. Das bedeutet, wir sind in den Augen vieler besagter A-Päpste, schlechte Menschen. Ich sage dazu immer, nun denn, es ist nicht so, dass es in den deutschen Landen damals einen Duden gab, wo einmal festgeschrieben war, was wir wie nennen. In der heutigen Forschung, Gott, Ringelpanzer, Ringpanzer, sowas hat sich durchgesetzt. Kettenhemd sagt man nicht, damit outet man sich, dass man voll uncool ist. Grundsätzlich stört mich eigentlich der Begriff überhaupt nicht. Es ist ein Begriff, der sich ein bisschen aus dem 19. Jahrhundert heraus entwickelt hat. Aber Himmel, Herrgott, wir wissen doch alle, was wir meinen. Und wir wissen doch auch, dass wir nicht mehr diese komischen Rekonstruktionszeichnungen von Le Duc, die wir letztes Mal hatten, meinen, nach denen übrigens ganz viele Dinge in Burgmuseen rekonstruiert sind. Und das ist auch das Problem, dass die Leute mit dem Begriff Kettenhemd viel haben, weil da siehst du gerade, wenn du am Rhein die Burgen abklapperst und da in die Museen gehst, stehen da immer so Schaufensterpuppen, die was anhaben. Und da kommen dann ganz oft so diese Lederstreifen, wo dann große Ringe aufgenäht sind oder solche Geschichten. Also diese Dinge, die auch bei Braveheart stellenweise ganz sonderbar ins Auge gefallen sind, die kommen da ganz viel und die basieren alle auf diesen 19. Jahrhundert Fehlkonstruktionen. Und da kommt dann öfter so dieser Begriff Kettenhemd. Und deshalb ist man da jetzt ein bisschen von ab. Aber grundsätzlich finde ich es jetzt nicht schlimm, wenn man sich da in der Begriffsfindung vertut, wenn man drüber redet, solange man kurz sagt, was man meint. Ich finde es gar nicht so schlimm, das nochmal anzureißen. Tatsächlich gehört das ja auch zu diesem Projekt mit dazu, über so eine, ich nenne es jetzt mal Stolpersteine, zu reden. Ich bin tatsächlich, ist mir der Begriff der Brünne, des Haubergs, des Haubergions, was auch immer, durchaus, der taucht immer wieder auf, der ist mir durchaus geläufig. Nur man, also ich habe mir das Kettenhemd und den Kettenpanzer, ja, den habe ich mir, muss ich zugeben, angewöhnt, ohne zu wissen, dass der in Kreisen so negativ konnotiert ist, nenne ich es jetzt mal. Da ich, ja, wie gesagt, das ist für mich ein Hobby, ein wichtiges Hobby. Aber ich stecke da jetzt leider nicht so tief drin, als dass ich, dass mir da schon Leute auf die Finger oder auf die Lippen gehauen hätten im Sinne von, jetzt sagst du jetzt aber nicht nochmal keinem, das sagt man nicht, das ist ein böses Wort, macht man nicht. Aber es gehört ja im Grunde genommen auch mit dazu, und das ist dann schon wieder, was für mich gutes Reenactment bedeutet, in Gesprächen, die man definitiv über Kettenhemden führen wird. Weil die meisten Leute, die einen irgendwie darauf ansprechen, wenn man sich mal in der Öffentlichkeit mit so oft bewegt, die werden fragen, hatten die alle Kettenhemden? Und dann kann man zum Beispiel sagen, erstens, nein, die Dinger waren schweineteuer. Und zweitens, die hätten nicht von Kettenhemden gesprochen, weil, und dann kann man erklären, und das macht die Leute interessiert, und vielleicht macht dann irgendjemand genau das Gleiche wie ich und greift sich mal ein Buch. Das hat man doch schon gewonnen an der Stelle eigentlich. Und ich nehme es auch keinem Übel, wenn er mir sagt, du, mach mal nicht jetzt Kettenhemd, ja, ist nicht so. Versuch es mal beim Namen zu nennen, oder versuch dich der Dialektik oder der Komplexität dieser Benennung des Kettenhemdes doch mal durchaus bewusst zu werden. Es gibt für mich auch Begriffe, bei denen werde ich in Krümelkacke, weil ich sage, das ist ein klar definierter Begriff, benutzt den doch bitte, den gibt es. Die Frage ist halt immer nur, wie man es letzten Endes rüberbringt. Und da ist klar, wenn man jetzt das hundertste Mal auf irgendeiner Veranstaltung oder irgendeinem Markt jemandem erklärt hat, das ist das, das und das, und das ist es nicht, dann hat man irgendwann mal so eine, ich sage mal, negative Vorspannung in sich und ist dann halt nicht mehr so freundlich. Das nehmen einem dann Leute manchmal auch übel, wenn man sagt, naja, warum ist denn das ein ziemlich abgehobener Typ mit seiner handgewebten Tunika und seiner Brünne, nicht Kettenhemd. Das ist halt immer eine Frage, wie man es rüberbringt. Aber ich finde es nicht schlecht und ich finde es auch gut, das durchaus zu thematisieren. Und sobald ich mal demnächst wieder so ein Buhwort in den Mund nehme, beiße mich gerne darauf hin. Ich bin der Letzte demnach einen Zacken, was der Krone bricht. Das finde ich ja beim Kettenhemd, finde ich das ja noch nicht mal so unglaublich nützlich, da vom Ringpanzer zu sprechen. Oder gleichzeitig werden die Leute, glaube ich, auch ziemlich vom Kopf gestoßen, wenn man jetzt jedes Mal einfach Lorikamater sagt und den römischen Begriff verwendet. Ja, puh, das ist nicht falsch. In den lateinischen Quellen taucht es oft so auf. Probleme macht dann sowas wie zum Beispiel, wenn man zu diesen Plattenrüstungen unter Stoff im 14. Jahrhundert Brigantine sagt. Das ist dann problematisch, weil mit Brigantine ja schon die Kleinplättchen und Kleinstplättchenrüstung im 15. Jahrhundert gemeint ist. Da hat man sich, da gab es mal vor ein paar Jahren ein Symposium drüber. Ganz, ganz was Interessantes. Da gibt es auch ein Band zu, der danach rausgegeben wurde. Sehr, sehr interessant. Kann man sich zu Gemüte führen. Die haben eine ganze Weile gebraucht, bis sie den Begriff Ländner dafür gefunden haben. Das ist also jetzt ein Ländner. Und Coat of Plates oder Plattenrock ist jetzt noch gar nicht so falsch, kann man auch sagen. Aber damals hat man gesagt Ländner und dann kommt irgendwann mal im 15. Jahrhundert was anderes. Und sobald das talliert ist, sobald das aus vielen kleinen Plättchen besteht, nennen wir das anders. Jetzt im Moment ist man so weit, dass es Zwischenformen gibt und es tatsächlich wieder Streit gibt zur Datierung von einigen Stücken. Also ich weiß nicht, ob du das kennst. Da gibt es so ein Stück, das wird oft mit so einem Nietenkreuz auf der Brust rekonstruiert, mit einer etwas größeren Brustplatte. Aber ansonsten an den Schultern und an den Seiten hat es sehr, sehr viele kleinere Plättchen. Und das wurde Ende 14. Jahrhundert datiert. Und jetzt guckt man sich das nochmal an und sagt, oh wow wow, ob wir da nicht schon mitten im Brigantinenterritorium sind. Ganz interessante Diskussion gerade. Also da machen Begrifflichkeiten auch wirklich Sinn. Und vor allem, wenn man ein Symposium veranstaltet, wo 30 Leute sich jetzt darüber unterhalten sollen, über verschiedene Stücke, die müssen halt wissen, worüber sie reden. Das verstehe ich völlig. Eine völlig andere Frage ist, wie hat man das damals genannt? Da kann man sagen, Gott, ich habe eine in Latein verfasste Quelle, wo das so und so genannt wird. Aber wie das in der Volkssprache genannt wurde? Himmel, Herrgott. Da werden wir ganz, ganz, ganz kleinschrittig. Denn gerade auf dem Gebiet des heutigen Deutschland hat man so unglaublich viele, unglaublich verschiedene Dialekte gesprochen. Und die Sprachen ähnelten stellenweise kaum modernen Deutsch. Im Westen klang das eher, klang das eher ein bisschen wie holländisch. Im Osten klang das noch ein bisschen slawisch angehaucht. Wenn wir da ins Heilige Römische Reich gehen, Gott, in Böhmen hat das Volk tschechisch gesprochen. Gott, weil waren halt Tschechen. Oder Böhmen vielmehr. Ja, also da kriegen wir Probleme, wirklich zu rekonstruieren, wie das damals genannt wurde. Und da sage ich auch grundsätzlich, ja, Leute, da kann man sich mit einem Linguisten drüber unterhalten. Aber jetzt unbedingt rekonstruieren zu wollen, wie das außerhalb des Lateinischen genannt wurde, ist sehr, sehr schwierig. Bei der Geschichte mit der Brigantine, dem Plattenbruch, da hast du mich jetzt eiskalt erwischt. Weil das ist tatsächlich so ein Begriff, bei dem ich jetzt anfange, erbsenzählerisch zu werden. Und eben auch mit Leuten diskutiere und sage, ja, nenn es mal nicht Brigantine, nenn es mal Plattenrock. Weil A, man kann es differenzieren. Es gibt halt klar erkennbare Unterschiede zwischen einer schön eng anliegenden Brigantine und einem übergeworfenen Plattenrock, der im Grunde genommen doch erst mal eher kruder Natur ist. Deswegen, ja, ich habe angefangen, ich habe das nicht immer gemacht. Das waren für mich auch alles mal Brigantinen. Das war für mich völlig okay, wenn ich bei Zeughaus eine Brigantine gekauft habe. Die, reden wir jetzt mal nicht vom Anspruch, vom Handwerklichen, aber ich sage mal so vom darstellerischen Wert, er doch eher ein plattenröckisches Ding ist. Aber da macht es für mich Sinn. Macht es für mich durchaus Sinn zu differenzieren, Plattenrock, Brigantine. Aber das bringt mich im Grunde genommen auf die Thematik Bekleidung zurück. Da muss man dann ja jetzt auch, also ich muss mir jetzt erst mal ein Konzept überlegen, was gehörte denn jetzt zur Bekleidung im Grunde genommen, was gehörte denn dazu? Was hatte man an? Also aus dem Mittelalter ist bekannt, ja, Bruche, Beinlinge. Wann fing denn das letzten Endes bei der Unterbekleidung, womit fing es an? Was waren also die ersten Schritte, die man sich so morgens anzog, wenn man sagt, na, heute gehe ich mal plündern? Das ist eine schöne Frage, wie man sich anzog. Also der ganz große Unterschied ist, dass man in diesen heidnischen, barbarischen Zusammenhängen ja eben noch die Hosekante, also wirklich eine geschlossene Hose. Mit der Thorsberghose haben wir etwas, das so einer heutigen Jeans gar nicht so unglaublich unähnlich sieht. Während in diesen eher in der römisch besetzten Zone ehemals halt eben Beinlinge schon relativ früh angesagt waren. Dann gibt es natürlich Transfer und Leute bringen was mit und das geht ein bisschen durcheinander. Aber das ist schon mal so eine grundsätzliche Unterscheidung. Und auch hat das natürlich eine zeitliche Komponente, ja. Diese Bruche-Beinlinge-Kombination, die weist schon ganz klar in Richtung Hochmittelalter. Und davor hast du eben aber auch so unveränderliche Konstanten von Kleidung. Also so eine unveränderliche Konstante, die erst wirklich die ganz, ganz moderne Welt aus der Welt geräumt hat, ist, dass Unterkleidung dazu verwendet wird, die Oberbekleidung vor Verschmutzung durch den eigenen Körper zu schützen. Und das, finde ich, ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Du hast diese leicht waschbare und vor allem leicht bleichbare Unterkleidung aus Leinen. Leinen hat ja diese unglaubliche Eigenschaft, wenn man Leinen auf Gras legt in die Sonne und mit Wasser beträufelt, bleicht das aus. Also du kriegst das wieder schneeweiß. Und das ist dann auch wieder so ein Problem vom Schlamm- und Ledermittelalter. Da zu sagen, oh nee, war immer schmutzig, die lebten da alle im Schlamm und waren immer braun. Nee, es reichte ja, deine Tunika in Wasser auszuspülen, die ins Gras zu legen und die Sonne draufscheinen zu lassen. Dann war die Schnee weiß wieder. Das war gar kein Problem. Also das kann mir keiner verkaufen, dass die Leute halt immer verkrustet waren und immer mit diesem Patina-Schlammrand rumliefen, wenn es doch so einfach war, eigentlich sauber zu bleiben. Jetzt, was macht diese Unterkleidung? Naja, der Mensch schwitzt, der Körper wird schmutzig. Wenn man das mal ausprobiert hat im Bereich Camping oder Mittelalter-Camping, merkt man, da bilden sich so komische dunkle Ränder an den Handgelenken und so weiter. Ich gehöre noch zu einer Generation, die irgendwelche Tanten und die eigene Mutter manchmal auch zum Halswaschen zwang. Das merkt man auch heute, wenn man weiße Hemden tragen muss. Das ist so die Stelle, wo die wirklich so ein bisschen schmückig werden. Und da gab es zum Beispiel vor dem Zweiten Weltkrieg noch, gab es diese Wechselkrägen. Ich glaube, die gab es sogar in die 50er Jahre noch hinein, dass man Wechselkrägen hatte. Dass man eben die Teile, die an so einem Hemd am schnellsten schmutzig wurden, nämlich Manschetten und Kragen, austauschen konnte und dann hat man nur die Krägen gewaschen. Und das war praktisch und genauso war das mit der mittelalterlichen Unterbekleidung. Die war aus Leinen, weil Leinen einfach zu waschen, einfach zu bleichen ist. Und das, was der Körper an Schmutz absondert durch Schweiß etc., das kann die dann auffangen und die schützt natürlich die teurere Oberbekleidung, die auch nicht so oft gewaschen werden soll. Weil dann so eine Ober-Tunika, wenn die zum Beispiel aus einer relativ naturbelassenen Wolle gemacht ist, dann hat die noch ein bisschen Restfett drin. Dann ist diese Wolle durch dieses Restfett auch noch ein bisschen wasserabweisend. Das sind alles praktische Eigenschaften. Und wenn du das ständig wäschst, ist diese praktische Eigenschaft irgendwann mal hin. Ganz abgesehen davon, dass das natürlich nicht gut für die Nähte ist, nicht gut für den Stoff. Und dass Kleidung eben durch häufiges Waschen immer kaputter wird. Das ist etwas, das galt fast immer. Der einzige Moment, wo das außer Kraft gesetzt wird, ist der Moment, in dem man, wie du gesagt hast, beim Klamotten-Discounter für so unglaublich wenig Kleidung aus fernen Ländern kaufen kann, dass es eigentlich egal ist, ob das T-Shirt jetzt kaputt ist oder nicht. Kleidung wird dann nicht mehr so viel geachtet. Und in dem Moment brauchen wir diese schützende Funktion der Unterkleidung nicht mehr. Das heißt, das Prinzip Unterkleidung, Unterbekleidung an sich als, ich sage mal, eine klare Abgrenzung, dass man weiß, es gibt Unterkleidung, es gibt Oberkleidung. Das ist im Grunde genommen schon auch im Frühmittelalter im europäischen Raum und sonst wo auch durchaus nicht neu. Die Frage für mich ist jetzt... Wir hatten ja gerade das Thema Bruche, Beinlinge, Hochmittelalter. Auf einmal war das alles anders. Es gab dann keine Hosen mehr. Beschränkt sich jetzt nur, also beschäftigt sich jetzt nur bedingt mit meiner Darstellung. Ist für mich aber mal eine interessante Frage. Wie ist es denn dazu gekommen, dass die Leute dann auf einmal gesagt haben, naja, es ist ja auch ganz gut, wenn ich mir die Beine so extra dran zappeln kann. Wie sah es denn letzten Endes davor aus? Wie sah denn quasi Unterbekleidung im Frühmittelalter aus? Dazu habe ich jetzt beispielsweise wirklich gar kein Bild vom Kopf. Wie sah der Wikinger-Schlüppi aus? Also, ja, es gab die Unterhose, weil, naja, ich würde jetzt auch nicht unbedingt meine Jeans ohne Unterhosen tragen wollen. Da müsste ich meine Jeans oft waschen. Zumindest hätte ich das gefühlte Bedürfnis danach. Und im Frühmittelalter gab es erst mal diese einfachste aller Formen der Unterhose. Nämlich ja diesen Lappen, der einfach so vorne um eine Art bändelartiges Gürtelsdings gehängt wurde, dann zwischen den beiden einmal nach hinten ging und dort ebenfalls um selbes gürtelartiges Dings geschlauft wurde. Können wir uns das vorstellen? Also, ich rede nicht von so einer Sumo-Unterhose, sondern wirklich, wir haben einen Stoffstreifen wie einen halben Meter Klopapier und er ist einmal so zwischen den Beinen durch rum, fertig. Hält erst mal das Gröbste ab von der guten Wollhose. Dann gibt es aber auch Hinweise, dass es tatsächlich auch schon so etwas Bruchenartiges gab. Also eine Art Leinenboxer-Shorts. Also ist auch gar nicht so unwahrscheinlich. Allerdings ist hier das Problem, wir haben wirklich so wenig Stofferhaltung überhaupt. Und dann ist das alles sehr, sehr zerstreut. Also dieser Bruchen-Hosen-Fund, der ist Moschewaia-Balka, glaube ich. Und da muss man dann auch direkt fragen, ja okay, wie Wikinger ist denn dieser Fundort eigentlich? Und frühmittelalterlich ja, aber da gibt es auch verschiedene Kulturen, die kreuzen quer durch Europa reiten und schwimmen und laufen. Und da muss man immer fragen, zu welcher dieser gehört denn jetzt eigentlich dieser Fund? Okay, also diese Rumwickel, dass wir uns vorstellen können, ob man es will, überlasse ich dem Einzelnen. Gut, das ist gut zu wissen. Aber ich glaube, das könnte tatsächlich einer der ersten Punkte sein, die ich vielleicht nicht hundertprozentig genau im Reenacting berücksichtigen werde. Vielleicht bleibe ich bei meiner Funktionsunterwäsche, die hat sich wunderbar bewährt. Die Frage, die ich mir jetzt natürlich in dem Kontext stellen muss, ist, wenn ich es weglasse, wie stark verändert es dann meine Wahrnehmung von der Kleidung und meine Verhaltensweise, wenn ich die Kleidung dann halt auch im Körper trage und auch meine Wahrnehmung von Natureinflüssen und so. Und das ist zum Beispiel ein Punkt, den würde ich jetzt mal direkt, direkt an dich zurückspielen. Natureinflüsse, Wahrnehmung von Kleidung, Verhaltensweisen in Kleidung. Wie, jetzt mal ganz salopp gesagt, wie abgehärtet und wie richtig hart drauf waren die Leute? Wie viel haben sie letzten Endes toleriert, was wir heutzutage nicht mehr tolerieren würden? Ich zum Beispiel bin relativ zimperlich und sage mal, oh, wenn es kalt wird, ziehe ich mir lieber noch ein Jäckchen mehr an. Wenn man sie dann in Darstellungen sieht, im tiefsten Winter, mit einer Tunika bekleidet, da friere ich beim Zugucken. Wie, wie, gibt es, gibt es Bezugsformen? Wie, 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 wie abgehärtet waren sie? Was, wie, 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 wie hat sich dann, wie hat sich für die, wie hat sich für den, für den frühmittelalterlichen Menschen die Kleidung letzten Endes dann den, den Jahreszeiten entsprechend verändert? Haben sie immer das Gleiche getragen, weil war okay? Oder gab es dann doch klar Differenzierungen zwischen im Winter kam nochmal das und das und das dazu? Beziehungsweise man hat eh länger oder dicker oder sowas getragen. Wie, wie war es? Das ist tatsächlich eine sehr spannende Frage. Erstmal, was es da zu berücksichtigen gibt, ist, das Frühmittelalter war relativ warm. Also ich weiß, man stellt sich den Wikinger in seinem Grimfrost-Bitten-Nordic-Kingdom vor, ja, hier heult der Wolf, der Wintersturm im Hintergrund, fällt über die Schulter. Naja, Tatsache ist, die haben Grönland, Grönland genannt, also grünes Land. Würde heute keiner auf die Idee kommen. Das war grün damals und hat ein paar Bäume und so. Und insgesamt war der Norden damals tatsächlich wärmer. Wärmer, als es danach war, in der kleinen Eiszeit, die dann einsetzte, und sogar wärmer als heute. Kurz vor der nächsten klimatischen Veränderung. Climate Change is real, ja, ich will hier nichts relativieren. Aber es gibt auch zusätzlich zu den CO2-Ausstoß-bedingten Dingen, gibt es auch natürliche Veränderungen. Und eine solche hatten wir damals. Deshalb, da war es schon mal wärmer. Man brauchte gar nicht so viel Kleidung. Es gab trotzdem auch harte Winter und man musste sich schützen. Meine persönliche Erfahrung im Feld ist, nichts haut einen so aus den Latschen wie Kälte. Also wirklich Kälte über längere Zeiträume, kalte Nächte, das ist wirklich fies und wirklich ganz furchtbar. Und da denke ich persönlich nicht, dass sich die Wahrnehmung großartig verändert hat. Auf der anderen Seite gibt es Untersuchungen, die da auch extrem in die andere Richtung schlagen. Da geht es jetzt nicht um Kälte, aber es gibt dieses britische Schlachtfeld bei Tauten. Und da wurden sehr viele Tote ausgegraben und sehr gut untersucht. Mein Lieblingskollege dort ist, den haben sie ausgegraben. Und da hatte eine Schädelhälfte und den kompletten Kiefer zertrümmert in 3000 Teile. Dachte sich der Archäologe vor Ort gleich, ah, Todesursache, okay, alles klar. Dann hat man den ein bisschen exakter untersucht und merkte, nein, diese Verletzungen begannen gerade so wieder zu heilen. Das heißt, der ist damit in diese Schlacht geritten. Und die Ärzte, die da an den Untersuchungen beteiligt waren, haben gesagt, okay, mit so einer Verletzung würdest du und ich würden dann mit Morphium vollgepumpt im Krankenhaus liegen. Und eigentlich nichts machen, außer irgendwelche bunten Schmetterlinge in unserer Traumwelt jagen. Und da denke ich, okay, kann doch sein, dass da gewisse Schwellen höher waren. Aber das können wir heute nicht mehr sagen. Heute müssen wir uns vor allem an die Kleidung halten, die wir im archäologischen Zusammenhang finden. Und die wir eben auch aus Abbildungen sehen. Und da sehen wir vor allem diese zwei Tuniken ganz oft, also diese Leinen und Wolltunika übereinander. Und dann den Mantel, der auch eine ganz, ganz wichtige Funktion hatte, um sich gegen das Wetter zu schützen. Das heißt, gar nicht so verschieden zu uns. Wenn wir uns jetzt, jetzt haben wir gerade November, anziehen, dann ziehen wir ein T-Shirt aus an, ein Pullover drüber und eine Jacke. Und so ungefähr kann man sich das denken. Ich ziehe meine Leinentunika an, ich ziehe meine Wolltunika an und einen Mantel. Und damit bin ich eigentlich bereit, um aus dem Haus zu gehen. Also obenrum, versteht sich. Gut, also was die Sorte, Anzahl und ich sage mal jetzt mal grob Form, Beschaffenheit der Kleidungsstücke angeht, da kommen wir jetzt quasi auf ein Ziel zu. Jetzt kommt wieder der für mich spannende Teil Reenactment. Worauf musst du achten und was müsste ich normalerweise selber rausfinden und wo, kann ich euch im Grunde genommen fragen. Es gibt ja, das hatten wir ja auch im letzten Vlog schon, dass es durchaus klitzekleine Stolpersteine gibt, die man einfach mal mit Schwung mitnimmt und dann einfach auch direkt falsche Rückschlüsse zieht. Ich beispielsweise, ich hatte eine ganz lustige Entwicklungsgeschichte von meinem ersten Wallhangerschwert bis hin zum letzten Endes geschmiedeten. Das waren immer wieder ganz kleine Schritte, bei denen man so kleine Aha-Effekte hatte. Und man sagte, naja, eigentlich ist es eine Kleinigkeit. Es ist mal 50 Gramm an der richtigen Stelle mehr, 50 Gramm an der richtigen Stelle weniger. Mal ist es dann schon scharf, weil es spart gleich wieder Gewicht und auf einmal entwickelt sich halt die umgehämmerte Eisenbahnschwelle zu einer Waffe. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es sowas auch bei Kleidung gibt. Also ich muss mir jetzt quasi auch die Frage stellen, wie weit will ich ins Detail gehen und an welchen Stellen sollte ich ins Detail gehen, um nicht letzten Endes falsche Rückschlüsse zu ziehen. Beziehungsweise an der falschen Stelle hängen zu bleiben und zu sagen, naja, die waren halt total abgehärtet, weil zieht in die Beine rein oder die waren total abgehärtet, weil mein gekauftes Mäntelchen ist halt doch nicht so warm. Da gab es doch bestimmt auch so, ich nenne es jetzt mal Kniffe, die man entweder langwierig selber rausfinden muss oder auf die du jetzt beispielsweise vielleicht schon mal gekommen bist. Gerade in Bezug aufs Frühmittelalter fällt dir auf Anhieb irgendwas ein, wo du sagen würdest, ist eine Kleinigkeit, aber mach dir da mal einen Kopf drüber, weil du ansonsten einfach mal stolpern wirst. Also das Wichtigste sind für mich tatsächlich die Stoffe. Also dass man sich da an die Vorlage hält, weil wenn man jetzt sich irgendwo im Online-Shop den Mantel von der Stange kauft, dann wird das oft keine Wolle sein. Beim Hemd genauso. Und dann stehst du da in deinem Mantel mit Kapuze der Marke Waldläufer und in deinem Piratenhemd und denkst dir, verdammt, ich friere. Wolle und weiß nicht warum und wie es diese mittelalterlichen, denn diese verrückten Knochen je geschafft haben. Und dann hängst du dir noch ein Schulterfell um und frierst aber immer noch. Wolle ist tatsächlich die Antwort. Wolle ist ein ganz unglaublicher Stoff, der sehr, sehr warm hält. Leinen wiederum hat einen leicht kühlenden Effekt. Das ist auch ganz interessant. Aber wenn man dann nochmal eine Wolltunika drüber zieht, dann nicht mehr. Also Wollkleidung hält wirklich immens warm. Dann kommt es noch natürlich auf die Webart an. Die kann man extrem dicht weben. Wenn man vielleicht, wenn jemand mal einen anständigen Mantel hat oder hatte, ein anständiger Duffelcoat, hält auch heute noch super Regen ab. Und zwar lange. Und die Jack-Wolf-Skin-Jacken, die nässen manchmal durch an den Nähten, wenn die nicht gewachst sind. Und Wolle ist super gegen Regen, super gegen Kälte. Wadenwickel verhindern, dass Wärme eben zum Beispiel zu den Hosenbeinen rausgeht. Wadenwickel werden dann immer noch ein bisschen um den Fuß gewickelt. Das ist großartig wärmend. Da werden eben sehr wichtige Teile des Körpers warm gehalten. Das kannst du auch bei Frau Kahn ja nachlesen. Und man sieht es ganz viel in frühmittelalterlichen Bildquellen. Überlange Ärmel. Kommt übrigens im Rain Actment so gut wie nicht vor. Also das nächste Mal, wenn ich mir eine Tunika bestelle oder nähe, dann will ich unbedingt eine mit überlangen Ärmeln. Weil wenn man sich die Quellen anguckt, gerade die Bildquellen, man sieht ganz oft diese geraffte Kleidung an den Handgelenken. Und ich glaube, einer der Punkte hier ist, das sind praktisch Pulswärme auch. Genauso wie Beinwickel eben auch wichtige Teile des Körpers warm halten, wo dir einfach ungemütlich ist, wenn die kalt sind. Also kalte Füße ist hässlich und Pulswärmer sind auch eine schöne Sache. Also ich glaube nicht, dass die Leute, was Kälte angeht, wirklich so dermaßen viel härter drauf waren als wir. Und letztens habe ich zum Beispiel mit Bekannten aus Russland gesprochen. Die haben bei extremen Minusgraden so eine Kostümwanderung gemacht. Und da habe ich auch, ich habe diese Bilder gesehen von Wasser, das in der Luft gefriert und so. Und musste dann ganz blöd nachfragen, wirklich die erste Frage, die einem einfällt. Ja, war das denn nicht kalt? Und die waren aber nett, die haben mir anständig geantwortet, trotz der blöden Frage und meinten, naja, solange man sich bewegt und was macht, ist es nicht kalt, hält dich die Wolle warm. Und sobald man aufhört, sich zu bewegen, erfriert man, da muss man schon ein Feuer haben. Also man überlebt nur, indem man sich entweder bewegt oder schon ein Feuer hat, an das man sich setzen kann. Dann ist es auch okay. Und dann ist es auch wunderbar, dann merkt man, wo zum Mantel gut ist. Dann hast du den Rücken warm und bist aber nach vorne hin offen. Das ist so eine, was wir vulgo herausgefunden haben, wo zum Mantel wunderbar gut sind. Okay, also das deckt sich im Grunde genommen mit meinen, ich nenne es jetzt mal ganz salopp, Befürchtungen, was die Kleidung angeht. Also am Stoff kann ich nicht sparen, weil der muss funktionieren. An der Verarbeitung kann ich nicht sparen, die muss funktionieren. Und an den Stückzahlen oder der Ausrüstung selber kann ich nicht sparen, weil das soll ja nachher noch vernünftig aussehen. Das heißt, im Gegensatz zu beispielsweise Rüstung, die hoffentlich nie einen Stich eines Speeres wird abhalten müssen, muss meine Kleidung auch beim Reenactment funktionieren. Ich bin draußen und es ist kalt oder es ist warm oder es ist dies oder es ist jenes. Ergo, ich hatte es ja jetzt letzten Endes für mich entschieden, ich habe es geplant, da muss deutlich mehr rein, wenn man wissen will, wie es denn damals war, wie es denn damals funktioniert hat. Und eben nicht nur so aussehen als ob, weil dann ist es vielleicht Darstellung, aber kein Reenactment her. Gut, das ist schon mal ein guter Erkenntnisgewinn für den Tag. Jetzt bleibt im Grunde genommen nur noch eine Frage für mich übrig, denn ich habe ja noch die Hausaufgabe, mich einzukreisen, was soll es denn werden, in welchem Kulturkreis, in welche Region, in welche Zeit soll es denn geben. Da jetzt die ganz, ganz, ganz primitive und unkreative Frage, wie stark hat es sich denn im europäischen Raum unterschieden, wie groß waren denn letzten Endes die Unterschiede. Und da rede ich jetzt noch nicht von Details wie mal eine Farbe oder vielleicht eine Borte oder sonst irgendwas, sondern prinzipiell von der groben Optik, vom Schnitt her. Gab es da so große Unterschiede wie die rannten so rum, die rannten so rum, wenn die sich getroffen haben, wusstest du genau, der kommt von da, der kommt von da. War es so oder war das letzten Endes alles eher homogen und gemischt? Oh, das ist wieder eine schöne Frage. Also, um die Frage jetzt langsam so ein bisschen einzugrenzen. Der Unterschied, der zeitliche Unterschied übers Frühmittelalter ist immer größer als der räumliche Unterschied in einer Epoche. Das heißt, 100 Jahre später wird der Unterschied krasser sein als 100 Kilometer weiter. So ganz grob gesagt. Das heißt, wenn wir jetzt sagen, wir schreiben das Jahrtausend und vergleichen jetzt so einen Polen und Tamierschko und so einen Norweger und einen Angelsachsen. Da sind die Unterschiede, ganz vereinfachend gesagt, tatsächlich eher klein. Die haben an Klamotten erstmal alle die gleiche Kombi an. Das ist nicht der große Unterschied. Die Unterschiede sind kleine Sachen, mit denen man das anzeigt. Dinge im Stil der Verzierungen, da muss man reingucken. Manchmal sind die Formen der Steigbügel, sind zum Beispiel leicht anders. Angelsächsische Steigbügel, ganz tolle Sache. Da bin ich gerade total im Thema drin. Aber grundsätzlich sehen die nicht so furchtbar anders aus. Und ich weiß, da widersprechen einem erstmal alle, weil in jedem Film müssen die ganz anders aussehen. Also wenn der Wikinger bei Vikings den Angelsachsen überfällt, dann muss der Angelsachse eine Sturmhaube tragen. Die ist so knapp tausend Jahre daneben. So roundabout. Zwischen Wikingerzeit und Oliver Cromwell, wo die da her ist. Und das ist so ein filmisches Problem. Im Film müssen die beiden Teile immer ganz verschieden aussehen. In einer ganz anderen, schlimmen Serie, in Last Kingdom, da müssen dann die Angelsachsen viereckige Schilder haben und die Wikinger Runde. Natürlich hatten die alle runde Schilder zu der Zeit. Mein Gott. Aber wir brauchen diesen Unterschied unbedingt. Und wenn du dir den Teppich von Bayeux anguckst und jetzt einen Laien fragst, welches sind denn die Normanen und welches sind die Angelsachsen bitte? Ja, viel Glück. Das ist eigentlich die einfachste Art, diese Frage zu beantworten. Schau auf den Teppich von Bayeux, schau dir die Angelsachsen, schau dir die Normanen an. Der Unterschied liegt im Detail, in kleinen modischen Dingen, in der Frisur, in Kleinigkeiten. Aber grundsätzlich haben die sich nicht so furchtbar viel unterschieden. Okay, wo haben sie sich unterschieden? Das gibt es ganz viel zwischen so den großen Blöcken. Also sobald die Leute Christen werden, kommen ein paar neue Sachen rein, verdrängen die Alten. Man ist mehr Teil von diesem gesamteuropäischen christlichen Raum. Und das zeigt sich dann auch in der Mode. Solange man da eher von getrennt lebt, hat man noch mehr kleine kulturelle Eigenheiten. Ich finde zum Beispiel, was ich jedem total aufschwatzen würde, der jetzt kommt und sagt, ich möchte jetzt eine neue Rekonstruktion machen, würde ich sagen, oh bitte Balten. Ja, weil es da so tolle Sachen gibt. Also hey, bei den Balten, es gibt da eine Rekonstruktion von so einer Scherpe mit Messingbeschlägen. Das sieht aus wie Worf. Das sieht aus wie Worfs Scherpe aus Star Trek. Will ich unbedingt. Es gibt so Kleinigkeiten, es gibt so süße kleine Dinge. Zum Beispiel, der Slave stand auf viereckige Messerscheiden. Nicht, dass er das nicht konnte. Mochten die einfach. War so ein modisches Ding von denen, die Messerscheiden eher viereckig zulaufen zu lassen. Und auch mit unglaublichen Beschlägen zu verzieren und so weiter. Die Balten wieder standen da auf so einer dreieckigen Optik. Das Messer schien überhaupt gerade in diesem Ostseeraum unglaublich wichtig zu sein. Das haben wir letztens erst gemerkt. Wir haben 20 Individuen ausgegraben. Ungefähr aus der Zeit um 1000 herum. Slawisch. Messer. Überall Messer. Und zwar Männer wie Frauen. Also immer an der linken Seite ein Gebrauchsmesser. Auch nicht so, dass die Frauen irgendwie so sogenannte kleine Frauenmesser hatten. Das ist unsere moderne Misogynie. Dass die Frauen ein kleines Messer haben müssen, war da nicht so. Die unterschieden sich nicht an Größe. Die Frauen- und die Männermesser hatten die alle auf der linken Seite und hielten sich da tatsächlich an ihre slawischen Formen. Zum Beispiel auch an Sachsformen kann man ganz gut festmachen. Ob das eher angelsächsisch ist oder eher norwegisch. Oder eben die slawische Bowie-Klinge, auf die die so standen. Das sind diese besagten kleinen Unterschiede. Natürlich haben die alle Wände genähte Schuhe getragen. Die Stickereien waren ein bisschen anders. Es gibt so ein paar sehr schöne slawische Frauenschuhe mit schönen Stickereien zum Beispiel, die auch so klar slawisch aussehen. Axtformen zum Beispiel kannst du wunderbar nachverfolgen. Diese sogenannten donau-bulgarischen Äxte zum Beispiel. Und wie die sich verändern. Und wie die in verschiedenen Gegenden verschieden sind. Schwerter wiederum würde ich jetzt gar nicht so den krassen kulturellen Marker sehen. Was daran liegen mag, dass Schwerter eh so ein fränkisches Exportgut waren. Wo man manchmal auch den Schmied gleich mit eingepackt hat. Aber die sahen sich grundsätzlich relativ ähnlich aus. Wieder Verzierungen, kleinere Dinge in den Knäufen und so weiter. Ja, da gibt es dann Tierstilverzierungen und, und, und. Die in bestimmte Richtungen weisen. Aber grundsätzlich, denk an den Teppich von Bayeux. So furchtbar anders sahen sie sich nicht. Das muss um eher diese Kleinigkeiten gehen, an denen man dann auch Gefallen finden muss. Und das wollte ich nach dem letzten Mal auch noch unbedingt sagen. So ein Re-enactment, das ist ein bisschen wie ein Studium. Man fängt an, etwas zu studieren. Also ich habe eine Freundin, die hat angefangen, so Wald und Biologie und solche Geschichten zu studieren. Und die dachte, die würde irgendwie flauschige, nette Tierchen studieren, weil die sind so kuschelig. Und nach ein paar Semestern findet die plötzlich Mikrobiologie total spannend, weil da geht es eigentlich ab. Und das ist das interessante Zeug. Und ja, Tiere, ah, okay, Großsäuger nicht so interessant, aber Insekten sind geil, Mann. Und das ist für mich so ein Beispiel, wie sich das verändert. Ich dachte auch, als ich mit dem Geschichtsstudium anfing, Ritter, Schwerter, sowas ist geil. Und dann dachte ich, nee, so Meta-Geschichte, ja, wie schreiben wir Geschichte auf und sind wir überhaupt fähig dazu, objektiv zu erzählen und von was ist unsere Wahrnehmung beeinflusst? Ha, das ist total interessant plötzlich. Und Themen verändern sich. Man fängt mit so einem Re-enactment an, weil man sich denkt, Ritter, geil, ich will einen Eisenhelm und ein Schwert schwingen. Und irgendwann mal sitzt man da und überlegt an den Unterschied zwischen Krabb und Nussfärbung und Sticharten und Verzierungen und Beschlägen und solchen Dingen und weiß vielleicht gar nicht, wie man dazu gekommen ist, aber ist jetzt gerade das, was einen interessiert. Also je mehr man sich mit so einer Materie auseinandersetzt, desto mehr bewegen sich auch solche Interessensschwerpunkte. Ja gut, das habe ich jetzt im Grunde genommen ja schon am eigenen Leib letzten Endes erfahren, denn letzte Woche habe ich noch schwerpunktmäßig über Kettenhemden, Schrägstrich Brünnen, Schrägstrich Hauberke, Schrägstrich was auch immer gedacht, über wie lang darf das Schwert denn bitte sein, brauche ich eine Axt und einen Speer, brauche ich nur einen Speer. Heute geht es dann schon eher um Wolle, dicke Wolle, dünne Wolle, selbstgenäht, fremdgenäht, welche Tuniken, wie viele Tuniken. Ja, weil das tatsächlich, wenn man es versucht, sich selbst ernsthaft von Grund auf aufzubauen, das sind wirklich die ersten und offensichtlich auch die erstmal wichtigen Sachen sind, denn es ist relativ egal, wie viele Brünnen ich mir überziehe, wenn die Tunika kalt ist, ist sie kalt und dann friere ich und das mache ich nicht so gerne. Und entsprechend hat sich auch da alleine jetzt in einer Woche schon mal mein Fokus durchaus erstmal deutlich verschoben. Das heißt, für mich jetzt erstmal als Hausaufgabe wichtig ist, die Epoche einzugrenzen. Das heißt, über die Zeit hat sich im Grunde genommen mehr verändert, als letzten Endes über den Raum. Entsprechend erstmal die Zeit einkreisen und dann eigentlich nach persönlicher Präferenz gucken, wo darf es sich denn abspielen bzw. wo ist die Fundlage am besten, am schlechtesten. Das spielt ja in so eine Sache auch noch mit rein, aber da werde ich ein paar Vorschläge erarbeiten und dann von euch kritisch zerfleddern lassen. Ausgezeichnet. Also natürlich muss man das, alles was wir heute erzählen, muss man auch ein bisschen relativieren. Also wenn der Abstand dann groß genug wird, dann ändert sich auch über den Raum irgendwas. Sobald du in Bizanz bist, ja, laufen die ein bisschen anders rum. Okay, aber das ist immer so auf diesen Ostseeraum beschränkt. Und aus meiner persönlichen Erfahrung sage ich dir, investier in eine historische Unterhose. Ich letzten Sommer, Riesenhitze, nach dem Kämpfen, alle schmeißen die Klamotten von sich und ab in den See. Und die hatten alle so tolle historische Unterhosen und ich nicht. Und ich war dann der Depp, der sich ein modernes Handtuch umbinden musste. Hey, ein historisches Handtuch, auch super Investition, auf jeden Fall. Also es ist schön, wenn man die Accessoires hat und das so durchziehen kann und nicht so steif da umherlaufen muss und immer gucken, ach, hoffentlich sieht das jetzt keiner, was da rausguckt. Also, dass die Unterhose rausguckt, meine ich. Natürlich. Also, in diesem Sinne finde ich das ein sehr schönes Schlusswort. Ich glaube, letztendlich, wenn du dich entscheiden musst für deine Hausaufgabe, du musst dich einfach mal in irgendwas verlieben. Sieh dir Zeug an. Sieh dir die Balten an. Sieh dir die Slaven an. Vielleicht denkst du dir, oh Mann, diese Messerform ist Hammer. Oder ich möchte unbedingt so einen Helm. Oder, 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 oder. Fundlage, klar, ist ganz, ganz wichtig. Aber noch wichtiger finde ich, dass man sich begeistert für sein Gebiet, das man da machen möchte. Und wenn das der Fall ist, dann kann man das auch gut machen. Ja, in diesem Sinne, hey, bis nächste Woche. Da sehen wir uns wieder. Und da verraten wir euch dann, welche Darstellung es denn ganz genau werden wird. Und vielleicht hat sich dann Felix ja in neue Sachkultur verliebt. Und da sehen wir uns wieder.